Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich musste lachen, weil ich hatte eben gerade noch einen Take. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch zur Begrüßung. Vielleicht kann man auch herzlichen Glückwunsch sagen, weil der vor oben zurückkommt. Wenn ihr... Ich muss jetzt mal wieder reinspielen, weil diese Animation einfach so toll ist. Wenn ihr das erste Mal hier auf dem Kanal seid, freut mich das. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin. Ich bin Inhaber und Parfümeur von Grauton Parfüms. Und wenn ihr zum wiederholten Mal da seid, freut mich das natürlich mindestens genauso. Ganz kurzes Update heute nur. Ich will jetzt nicht irgendwie zu viel erzählen, weil es gibt nicht so sehr viel zu erzählen. Die Leute, die das letzte Video sich eingeguckt haben, vielen Dank für euer Feedback. Ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr gefreut. Sowohl natürlich über das Feedback in den Kommentaren, wie auch das Feedback unter anderem auf Instagram. Und stellenweise auch im Parfumo-Forum, womit ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, gerechnet habe. Ja, ich kann es euch... Ich habe es ja kurz letztens in einem Instagram-Reel bestätigt, als ich beim Fahrradfahren war am Wochenende. Ich kann es euch auch nochmal hier bestätigen. Der Pro-Um kommt zurück. Er wird wieder produziert von mir. Er kann... Und das ist wahrscheinlich der eigentliche Aufhänger für das Video. Er kann ab sofort, also in dem Moment, wo das Video jetzt online ist, kann er vorbestellt werden auf meiner Homepage. Ich hatte ja was zu den Preisen im letzten Video gesagt. Wenn euch das interessiert, dann klickt da einfach nochmal rein. Es wird den Parfum nur noch in der Flakongröße 30ml geben. Warum? Weshalb? Wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach nochmal in das vorherige Video hier auf YouTube klicken. Da erkläre ich euch das in Langform. Und ja, also der Duft ist vorbestellbar. 65 Euro, 30ml inklusive Versand innerhalb Deutschlands. Da ist auch wieder unser pelziger Freund hier mit dabei, der den Pro-Um auch liebt. Also er wird den auch, denke ich mal, vorbestellen. Ähm, ja, also 65 Euro, 30ml, Versand innerhalb Deutschlands, inbegriffen, genau. So, ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, Versanddatum spätestens, und da lege ich mich definitiv drauf fest, und da habt ihr auch mein Wort, spätestens am 31.07. gehen die Dinger an euch raus. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es vielleicht auch schon eine Woche, vielleicht sogar zwei vorher sein kann. Ich habe ja da, sage ich mal, den besten Überblick. Ich sehe, wie lange der Duft mazariert und maturiert hat. Und ich kann das ja dann entscheiden, ob ich den schon an euch rausschicke. Also macht euch da keine Gedanken. Spätestens am 31.07. geht der Innenversand. Und, ja, freut mich, wie gesagt, wirklich sehr. Ähm, ähm, ja, das Feedback war, war ja wirklich, sage ich mal, eigentlich durch die Bank weg positiv. Ihr habt auch eure Erfahrungen in den Kommentaren geteilt zum Pro-Um. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich das halt, ist halt irgendwie, ist halt irgendwie stellenweise auch, äh, ja, verrückt, wenn man sich dann so Sachen durchliest von Leuten, die dann so sagen, oh, das ist für mich der heilige Gral und so, ähm, das ist schon, ich sage mal, das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, ja, das ist auch irgendwie, äh, ja, es erfüllt einen natürlich absolut mit Stolz und, äh, ja, macht einen auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber auch irgendwie ein bisschen bescheiden, dass man sagt, Leute, es ist letztendlich nur ein Parfüm, aber es freut mich natürlich umso mehr, dass es so gut bei euch ankommt. Deswegen, äh, ja, so viel zum heutigen Thema, ähm, die Outro-Musik sparen wir uns, dann geht's schneller, dann sind wir schneller fertig. Ich kann das Video schneller hochladen, ähm, wenn ihr Fragen habt, einfach hier unter die Kommentare posten, ähm, das wisst ihr, da sind wir ja eigentlich immer in ganz regem Austausch und es freut mich, wenn ihr den Duft bestellen würdet, wenn ihr ihn aber schon habt, dann freut mich das natürlich genauso. Deswegen, auf dem Weg wünsche ich euch noch eine schöne Woche, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt und bis dahin, macht's gut, ciao. Böhm, 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 B